13. Gesang Der erhabene Sprach Dieser Leib, o Sohn der Kunti, er wird bezeichnet als das Feld. Wer diesen kennt, den nennt man den Feldkenner. Es ist der Geist. Wisse, dass ich Feldkenner bin auf allen Feldern, Baratha. Vom Feld und von dem Feldkenner, das Wissen ist des Namens wert. Doch was das Feld und wie es ist, wie sich verändernd und woher, auch des Feldkenners Art und Macht, vernehm in Kürze nun von mir. In manchen Rhythmen sang es einst vielfältig manches Sängers Mund. In klaren, wohlbegründeten Brahman-Büchern verkündet ist's. Die Elemente und das Ich, der Verstand, das Unsichtbare, Zehnsinne und der innere Sinn, auch die fünf Sinnesreiche noch, Begehren, Hassen, Lust und Leid, Körper, Denken und Festigkeit. Zusammen wird's das Feld genannt, in dem ein ewiger Wechsel wohnt. Bescheidenheit und Redlichkeit, das Nichtverletzen, die Geduld, Reinheit, Ehrfurcht vor dem Lehrer, Beständigkeit, Selbstzügelung, Entsagung von der Sinnenwelt, vor allem auch Selbstlosigkeit. Ein Recht erwägen, wie Geburt, Tod, Alter, Krankheit, Schmerz bewirkt. Kein Hang zur Welt, noch sich klammern an Söhne, Gattin, Haus und Hof. Beständige Gleichmütigkeit bei jedem Schicksal, gut und bös. Verehrung, die sich nicht verirrt, durch Andacht, die nur mir geweiht. Das Wohnen in der Einsamkeit, an Gesellschaft sich nicht erfreuen. Stetes Erkennen höchsten Geists, die Einsicht in des Wissens Zweck. Das ist es, was man Wissen nennt. Was anders ist, nicht Wissen heißt's. Ich sag dir, was man wissen muss, was die Unsterblichkeit verschafft. Das Anfangslose, höchste Bram, nicht Sein, noch Nichtsein wird's genannt. Hände und Füße, Augen, Köpf und Münder hat es überall. Auch Ohren hat's in aller Welt. Das Allumfassend steht es da. Strahlend, durch aller Sinne Kraft, von allen Sinnen doch ganz frei. Alltragend, qualitätenlos und doch der Qualitäten froh. In und außerhalb der Wesen, sich bewegend und unbewegt. Unerfassbar, ob der Feinheit, ganz fern und wiederum ganz nah. Nicht zerteilet in den Wesen. Und wie zerteilt doch steht es da. Als der Wesenträger, kenn es, der sie verschlingt und wiederzeugt. Das Licht der Lichter wird's genannt. Das über aller Finsternis. Wissen, wissbar, wissenswürdig. In jedes Herzen steckt es drin. So vom Feld und von dem Wissen und Wissenswürdigen sag ich dir. Wer mich verehrt und dies erkennt, wird's teilhaft meines Wesens sein. Natur und Geist, das wisse du. Ohne Anfang sie beide sind. Doch Veränderung und Qualität entspringen beid aus der Natur. Bei allem, was das Tun betrifft, dafür ist die Natur Prinzip. Beim Genießen von Lust und Leid wird der Geist das Prinzip genannt. Der Geist, in die Natur gebannt, schmeckt, was sie schafft, die Qualität. Sein Hängen an der Qualität ist Ursach steter Neugeburt. Der Zeuge, der Gewehrauch, Träger, Genießer, großer Herr und Höchstes Selbst auch wird genannt. In diesem Leib der Höchste Geist. Wer so den Geist und die Natur zusammen den Qualitäten kennt, wo und wie er sich auch bewegt, erleidet keine Neugeburt. Durch Versenkung schauen manche in sich und durch sich selbst das Selbst. Andere schauen's durch Kraft des Denkens, durch Werkübung noch andere. Andere ehren es unwissend, da sie von anderen es gehört. Auch sie besiegen so den Tod. Der Heilten Schrift ergeben ganz. So oft ein Wesen auch entsteht, sei es beweglich oder fest, es wird durch die Vereinigung des Felds und des Feldkundigen. Wer in den Lebewesen all, denselben höchsten Herrn erblickt, der nicht vergeht, wenn sie vergehen, wer das erkennt, hat Recht erkannt. Denn wer denselben Herrn erkennt, als den, der allen inne wohnt, verletzt das Selbst nicht durch das Selbst und wandelt so die höchste Bahn. Und wer die Taten allerwärts durch die Natur nur sieht geschehen, das Selbst dabei als nicht handelnd erkennet, der hat Recht erkannt. Wenn er die Sonderexistenz der Wesen all in einem schaut und von diesem aus entwickelt, dann wandelt er zum Brahman hin. Dies ewige und höchste Selbst, ohne Anfang, ohne Qualität, wenn es auch in dem Körper wohnt, doch handelt's nicht, wird nicht befleckt. Der Äther ist allüberall, wird nicht befleckt, weil er zu fein. So wird er selbst auch nicht befleckt, auch wenn's in allen Körpern weilt. Wie die Sonne die ganze Welt allein mit ihrem Licht erhellt, so erleuchtet das ganze Feld der Herr des Fels, O Baratha. Die zwischen Feld und Feldkenner den Unterschied mit Wissensaug erkennen, die Erlösung auch von der Natur, die gehen zu Gott.